Ein Türmodell ist entdeckt worden. Ein Fallenmodell ist entdeckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Ein Türmodell ist entdeckt worden. Ein Fallenmodell ist entdeckt. Ein Fallenmodell ist entdeckt. Ein Fallenmodell ist entdeckt. Ein Türmodell ist entdeckt worden. Ein Fallenmodell ist entdeckt. Ein Türmodell ist entdeckt worden. Ein Fallenmodell ist entdeckt worden. Ein Fallenmodell ist ein Fallenmodell. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ihr habt nicht genügend Gold. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen werden angegriffen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Falle wurde hergesteckt. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Falle wurde hergesteckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Tür wurde hergesteckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Tür wurde hergesteckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Falle wurde hergestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Falle wurde hergestellt. Eine Falle wurde hergestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Falle wurde hergestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Falle wurde hergestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Eure Kreaturen werden angegriffen. Euer Gegner ist durch eure Wände gekriegt. Eure Kreaturen unzerliegen im Inneren. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ich bin gespeichert. Eure Kreaturen haben einen Spruch gefunden. Der Papier ist auf eurem Friedhof aufgestanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unzerliegen im Kampf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Die Schalke sind einfach wie ein Spruch pursue. Viel geladen. Stamplein! невoulding nicht mehr Müllkopf.... Ja. Viel geladen. Eine Tür wurde hergestellt. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aufgerstanden. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Aaaaaahhhhhh. BLEEEE. 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 Aaaaaahhhh. Eure Kreaturen werden angegriffen. Der Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Der Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Viel geladen. Euer Gegner ist durch eure Wände gekommen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Schott davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure unter Ebenen tragen den Sieg davon. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Viel geladen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Kreaturen anbeziehen. Eure Kreaturen in die Natur. Eure Kreaturen in die Natur. Eure Kreaturen anbeziehen. Eure Kreaturen aurelose. BLEEEE! Viel gespreichert. Wir haben Anspruch auf einen Gegner beschubt. Der Vampir ist auf eurem Friedhof aufgestanden. Zahltag! Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Wir werden mit dem Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Der Schwämme in der Müll-Läge ist auf ein Lyk-Test. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. 1. Bande. 1. Bande. 1. Bande. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Zuhörer. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Viel gespeichert. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Zuhörer. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen sind frei. Eure Kreaturen ist reいただbar. Eure Kreaturen von Ruhm selber warre. Eure Kreaturen von Zuhörer. Eure Kreaturen ist reindem cono Spanish, Eure Kreaturen hat, Eure Kreaturen amr. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen haben einen Spruch gefunden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen einen Kass. Eure Untergeberin tragen den Sieglafen. Ein Vampir ist auf eurem Ziel, wo sie aufhören. Eure Kreaturen Ein neuer Spruch, ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen Eure Kreaturen Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen wird angegriffen. Eure Kreaturen 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 Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Keine Falle wurde hergestellt. Der Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Weltreserven weigen sich in den Händen zu. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure untergebenen Fragen beziehten. Eure Kreaturen werden abgeführt. Eure Kreaturen unternegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure untergebenen Leichen hier versteckt nicht. Nur die F실igerei. Zum Rollen. Gäbe, Gäbe für uns! auf eurem Friedhof auferstanden. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Und zwar zuck. AAAAAAAAASSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Der Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Der Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Der Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Falle wurde hergestellt. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eine Falle wurde hergestellt. Sieg, 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 Sieg... Sieg, Sieg! So. Eure Tieren werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen Eure Kreaturen Eure Kreaturen Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen Eure Kreaturen Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen lockerview. Eure Kreaturen Lekt schedule und die andere Merkartkox7 Eure Kreaturen Eure Kreaturen. Das ist so gut. Ich hatte die Aufmerksamkeit und Kirche. Was ist das? Was ist das? Wenn ihr euch nicht so gut geht, soll es der Rettungsstück Correieren der Rettungsstellen wiederkommen. Der Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Ihr habt nicht genügend Gold. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Euer Friedhof ist nicht groß genug. Zaltzack! Der Vampir ist auf eurem Friedhof aus der Tattoo. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen neigen sich dem Ende zu. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. 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 Eine Tür wurde hergestellt. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Falle wurde hier geholfen. Wie gespeichert. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Janganbyj! Janganbyj! R 언�le�! Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Euer Friedhof ist nicht groß genug. Viel gespeichert. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Zag, zag. Eure Goldreserven neigen sich dem Hände zu. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen müssen sich aufstehen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Viel gespeichert. Eine Falle wurde hergestellt. Ihr könnt es euch nicht leisten, die Kreaturen zu unternehmen, wo eine Kreatur behergestellt wird. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ein Barrier ist auf eurem Friedhof aufgestanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ein Barrier ist auf eurem Friedhof aufgestanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. 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 Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eine Falle wurde hergestellt. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aufgestanden. Eine Falle wurde hergestellt. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ich bin der Stund. Ihr könnt es euch nicht leisten, die Reaktur zu trainieren. Eine Falle, wo er entsteht. Eine Falle, wo er entsteht. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden, im gespeichert. Eine Falle wurde hergestellt. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ein neuer Raum, der vorliegt des Gliedes, nichts mehr zu fordern. Eine Falle, wo er die Kreaturen vorliegen ist. Nein! 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 Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Das ist ja bekannt! Ja! Also das ist ja. Also erklärt Dave. Das ist ja ein 사�if. Das ist ja nicht. Es ist ja nicht so. Ich habe es nicht mehr. Es bin deine Hände. Und dann ist das die Hände. Es ist vielleicht nicht mehr. Aber dass wir jetzt kommen. Wir müssen reichern's. Wir werden angegriffen. Wir müssen reichern's. 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 Ein Fallenmodell ist entdeckt. Eine Falle wurde hergestellt. Eine Falle wurde hergestellt. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aufgerstanden. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen sind sauerweise nicht bezahlbar. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aufgerstanden. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aufgerstanden. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aufgerstanden. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eine Tür wurde hergestellt. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Goldreserven sind eingesichert in der Welt. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eurerue Kreaturen sind maus. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Aure Kreaturen werden ärgerlich. Das war's. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Es gibt nichts mehr zu forschen. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Waren fährlich losgehaltet werden. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Euer Friedhof ist nicht groß genug. Ein Fallenmodell ist entdeckt. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof des Posten geholfen. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Baracken müssen ausgeweitet werden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Die Kreaturen kommen nicht zur Hühnerfarbe. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Stollen werden electromagnet werden. Nee! Eure Kreaturen sind sauer, so wie ein Kreaturen der Voltan. Der Kreaturen ist in der Anführung. Und die Gegner sind aus dem Entdeckt. Und ihr Kontext vermittelt sind die Kreaturen. Bundeskrankitären Calpel sind der Kreaturen. Zu der Kreaturen können sie ihren Liefer serviert werden. Eure Kreaturen Testingen nackt sind. Allgemeine Mäber Thoughtenizado werden auch für keine Technik tal transphonnen. Bille, ja! Bille, ja! Sie sind sie! Bille, ja! Hau! Bille! Bille, ja! Bille, ja! Bille, ja! Bille, ja! Aaaaah! Haa! Nein! 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 Vergib ihnen die Zinserfahrt, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Zahltag! Nein! 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 Ich werde nicht mehr mit dem Beserven. Ich werde nicht mehr mit dem Schrauben. Ich werde nicht mehr mit dem Schrauben aufbauen. Nein! Use me to. Nein! 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 Ihr werdet mit dem Schrauben. Eure Untergebenen sind zu sein, als ihr sie nicht bezahlen könnt. Ein Papier ist auf eurem Friedhof auferstanden. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eine Falle wurde ihr bestellt. Eure Goldreserven meiden sich der Liebe zu. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlt. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aufrecht. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Tammes! Abonnese! Abonnese! Abonneter! Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Ein Wanderer ist auf euren Flickaufkauf erlaubt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Kreaturen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Kreaturen neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Viel geladen. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen klotzen sich auf den Gegnern. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ein Vampyr ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eine Tür, die ihr stört. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegen die Kreaturen. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ein Vampyr ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eine Falle wurde hingestellt. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Ihr könnt es euch nicht leisten. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eine Falle wurde hergestellt. Mobil geladen. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eine Falle wurde hergestellt. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Goldreserven leiden sich dem Ende zu. Eure Untergebenen sind sauer, weil ihr sie nicht bezahlen könnt. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Goldreserven leiden sich dem Ende zu. Eine Falle wurde hergestellt. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Goldreserven leiden sich dem Ende zu. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Wie wird reichert? Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Achtung! Der Ritter kommt. Wir sollten euch in die Grube zurückschicken. Unhalt! Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Nein! Ihr könnt es euch nicht leisten. Kreaturen zu trainieren. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Säufreserven eigen sich dem Ende zu. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kräfer werden angegriffen. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen Eure Kreaturen werden angegriffen, gespeichert. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen neigen sich dem Ende zu. Eine Falle wurde mir gestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen wird angegriffen. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen spürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr habt dieses Königreich erobert. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. 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 Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Mantel hat es gefeiert. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Zahltag! Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Hey! 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 Oh! Oh...